Hallo und willkommen bei den Pitchin News. Pitchin heißt auf Deutsch Taube. Und genau, was wir noch vergessen haben, ich heiße Dolly. Und ich heiße Snowy. Und wir präsentieren Ihnen heute die Nachrichten. Unser erstes Thema ist über... Pöppel Walross, eine berühmte Halsbänderherstellerin. Unsere Reporterin Lilly hat sie daheim besucht. Viel Spaß. Hallo, ich bin es Lilly. Und ja, ich bin hier. Wie ihr seht, schneit es nicht. Der Boden ist furztrocken. Naja, seht ihr. Gut. Ja, ich werde jetzt erstmal anklopfen. Ja, bis gleich. Hallo, du musst Lilly von den Pitchin News sein. Ja, ich bin es. Darf ich reinkommen? Ja, darfst du. Komm rein. Okay, und du besitzt viele Halsbänder. Habe ich recht? Zeig es uns mal. Ja, gleich. Gut, und für welches Halsband hast du am meisten Geld verdient? Für ein Lillern ist Halsband mit einem echten Diamanten. Gut, zeig es uns doch mal auf einem richtigen Bild. Das ist bestimmt interessant. Ja, das wird jetzt eingeblendet. Schön, oder? Ja, es ist echt toll. Ähm, willst du uns verraten, wie viel Geld du dafür gekriegt hast? Nein, das ist ein Familiengeheimnis. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Und willst du uns verraten, für welches Halsband du am wenigsten Geld bekommen hast? Für ein Perlenhalsband in Pink. Aber jetzt willst du uns verraten, wie viel du dafür gekriegt hast, oder? Ja, schlappe 60 Euro. Ja, davon haben wir auch ein Foto gemacht. Das kommt jetzt. Dafür hätte ich mehr bezahlt. So schlecht finde ich das Halsband gar nicht. Möchtest du uns mal dein neuestes Halsband zeigen? Es ist bestimmt schön. Okay, kann ich machen. Dann hol es mal. Hier ist es. Oh, wie schön. Hast du das auch noch in anderen Farben? Ja, in der Farbe Rot. Cool, wenn du das auch mal holen würdest, würdest du mir einen Gefallen tun. Ja, in Ordnung. Hier ist es. Oh, Pöppeln, wie viel soll das kosten? 120 ist schon ein guter Preis. Okay, das bezahle ich nach den Nachrichten. Und jetzt können wir mal deine Halsbandsammlung einblenden, die wir jetzt zeigen. Cool, ich gehe gleich mal in dein Geschäft. Okidoki. Mit diesen Worten müssen wir uns verabschieden. Bis bald. Morgen komme ich mal in Pöppels Geschäft. Die Halsbande sind echt hammer schön. Ja, ich komme mit. Das Halsband mit der Blume war echt hammer geil. Na gut, jetzt kommt der Wetterbericht mit Wali. Schaltet an. Im Osten wird es schneien wie noch nie, 50 Zentimeter. Im Norden wird es auch schon 30 Zentimeter schneien. Im Westen jedoch taut es ein bisschen. Und im Süden hat es noch gar nicht angefangen zu schneien. Das war der Wetterbericht. Bis bald. Tschüss. Ein Video von Sherry L.P.S.